Wo ist denn der Rabe da? Egal, den lasse ich mal am Leben. Falls ich hier sterben sollte, kann ich den nämlich dann töten. Und dann bin ich wieder am Leben. Genau. Ich hätte gerne einen Heiltrank jetzt irgendwie so. Genau, jetzt kann ich nämlich den Raben töten. Scheiße, jetzt ist er weg. Oh Mist, Dreck eh. Mann, so wird das ja gar nichts. Vor allem mach ich auch gar keinen Schaden an der. Okay, ich probier mal das. Ne, die greifen mich an. Scheiße. Lalalalala. Aua, aua. Wenn sie sich das nicht so lange aufladen würde, könnte ich ja, aber... Ach Mann, okay. Das reicht jetzt aber. Das kann doch nicht wahr sein. Ich scheitere an dieser blöden Fertigkeitsherausforderung jetzt mal ernsthaft. What the fuck? Vor allem waren, warum waren da gerade auf einmal zwei da? Was ist das denn? Soll das so? Ganz komisch. Okay, jetzt muss ich bestimmt wieder gegen diese Eiskobolde kämpfen. Das kennen wir ja schon. Ach. Mann. Fällt er wieder runter hier. Nein. Ah. Mann. So. Hier lang. Jetzt greift mich schon wieder der Adlergreif an. Meine Fresse. Nerv. Ich will doch nur zu der Fertigkeitsherausforderung. Verdammt nochmal. Und möchte das diesmal auch mal schaffen. Kann doch nicht wahr sein. Die sind schon wieder respawned, ey. Diese Eiskobolde hier. Das ist doch eine Scheiße. Hier, ne, hier nicht. Nur der da vorne. Okay. Der hier ist mir gerade egal. Da springe ich einfach mal dran vorbei. Folgt der mir eigentlich? Nö. Ganz komisch. Hm. Warum mich die Adlergreifen angreifen, weiß ich auch nicht. Wieso kommt er jetzt nicht hoch? Jetzt. Okay. Okay. Jetzt. Jetzt ist sie wirklich zweimal da. Flächeneffekt. Blitzschleuder zurück. Und Tornado. Ja, aber keine Spiegelbilder oder sowas. Die ist einfach nur zweimal da. Soll das so? Warte mal, ich stelle mal das Banner hier auf. Ich töte die jetzt einfach mal so. Wird schon gehen. Irgendwie. Vielleicht. Weil die macht jetzt irgendwie weniger Schaden, ne? Kann das sein? So, jetzt hier. Komm schon. Und jetzt das. Und dann das. Und dann das. Jetzt sollte ich eigentlich dich töten können, theoretisch. So, jetzt nochmal hier. Komm schon. Das und das und. Erstmal ausweichen hier. Scheiße, ich bin gleich wieder tot. Mist. Warum ist die denn zweimal da? Das ist doch ganz komisch. Verdammt. Jetzt muss sie doch gleich sterben. Sterb, sterb, stirb. Stirb, stirb. Komm. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das muss ich schaffen. Das muss ich schaffen. Ja, komm schon. Ja. Geschafft. Aber jetzt lebt die nochmal. Hä? Die ist zweimal hier. Verdammt nochmal. Was soll denn das? Ist ja ganz komisch. Na, jetzt hab ich die Waffe gewechselt. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Hm. Ich block mal mit dem Schild. Das wird wohl nichts nützen gegen ihre magischen Angriffe. Aber okay. So ein Scheiß, ey. Warum ist hier ein zweimal da? Was soll denn das? Liebe Entwickler. Hilfe. Wie komm ich jetzt hier wieder weg? Ich will wieder weg. Ich will wieder weg. Ich will wieder weg. Sonst sterbe ich nämlich gleich. So. Okay, jetzt hat sie sich... Okay, jetzt ist sie wieder resettet. Und ich... Äh... Könnte vielleicht auch langsam mal Lebenspunkte regenerieren. Hallo? Hallo? Nee, ich bin noch im Kampf. Ach, Mann, ey. Was ist denn heute los, ey? Das gibt's ja nicht. Jetzt. So. Also. Geht doch. Okay, jetzt bist du nur noch einmal da, ne? Hab ich jetzt... Nee, den Fertigkeitspunkt hab ich nicht. Ach. Was ist denn das hier heute? Ja, ist ja echt ganz seltsam. So, jetzt machen wir mal ansturmen. Das geht sogar. Hey. Er kann sogar runterspringen, ne? Sowas. Hm. Ich find das seltsam, dass die zweimal da ist. Wieso ist die zweimal da? Ich mein, das muss doch bestimmt nicht so, oder? Hm. Ganz seltsam. Na gut. Kann ich nicht ändern. Aber irgendwie geht die leichter zu besiegen als vorhin. Hä? Ich glaub, die ist komplett verbuggt irgendwie. Die hat keine Helfer mehr. Vorhin hat die doch welche beschworen. Jetzt gar nicht mehr. Und jetzt macht die auch irgendwie gar keinen Schaden mehr. So richtig. Ja. Dann geh ich fast gar keinen Schaden mehr. Ah, das ist ganz seltsam. Ich häng die fest. Nee, doch nicht. Okay. So, jetzt stürb. Hä? Jetzt ist die ja wieder da. Äh. Ach so, war das jetzt nicht die richtige, oder was? Ach, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Okay, also nochmal töten. Jetzt zum dritten Mal. Ich glaub, das waren ihre Spiegelbilder, oder sowas. Ach, keine Ahnung. Woher soll ich denn das wissen, ey? Ich bin doch bloß ein einfacher Krieger. Und kein Magier. Ich geh da mal raus. Ich geh da. Hallo? Warum läuft der denn nicht durch die durch? Das sind die anderen Spiegel, kann ja einfach durchlaufen. Aber hier geht's natürlich nicht. Bleibt er einfach stehen. Na, egal. So, jetzt aber... Die geht auch so leicht zu besiegen. Fast. Jetzt kommen natürlich ihre Raben. Aber sonst... geht's irgendwie gerade sehr leicht. Bis auf die Raben, aber die... tun ja jetzt nicht so viel, Alter. So, gleich. Jetzt tot. Na, du. Jetzt... Oh, geschafft. Hä? Aber das ist nicht die Fertigkeitsherausforderung. Was? Ach, das ist die Fertigkeitsherausforderung. Okay. Dies muss die Quelle der Macht der Rabenschamanen sein. Die Luft selbst vibriert vor Energie, die einem die Nackenhaare sträubt. Oh, hier ist ein Kind. Ich dachte, die hat das umgebracht. Okay, wir haben's geschafft. Ich hatte keine Angst. Äh, ehrlich nicht. Die... Hey! Oh, das ist ein... Oh, ein Portal. Durchschreite das Portal und verlasse die Höhle. Okay, und raus sind wir. Boah, ist mein PC gerade laut eh. Na, egal. So, ähm... Ich geh mal hier... Nee, warte mal. Nein, ich, äh... Nimm mal den Weg und nimm gleich mal diesen Aussichtspunkt da mit. So. Aber an den Zertrauren geh ich trotzdem mal vorbei, weil die will ich nicht nochmal töten. Davon hab ich schon so viel getötet. Irgendwann reicht's auch mal. So, okay. Ich muss, ähm... Wo ist der Aussichtspunkt da hinten? Okay, in diese Richtung. Also da auf dem Berg wahrscheinlich, oder? Ja, da auf dem Berg vielleicht, weiß ich nicht. Hm. Was ist das hier? Achso, die Spannung, bla bla bla. Ach. Lebendige Geschichte. Hier muss ich sowieso... Ach, die muss ich auch noch bekämpfen hier, ne? Sind das die hier? Stirb, du elender Wolf. Yep. Die sind sogar richtig. Zürbricht ihre Banner und vernichtet verdammtes Eis hier schon. Ja, so eine Killquest praktisch. Banner töten? Eigentlich muss man die ganzen Sachen nur töten. Ach ja, hier der Aussichtspunkt. Den kenn ich schon, den kenn ich schon. Den hatte ich schon mal mit einem anderen Charakter. So. Der ist einfach nur über die Bäume laufen, die zu... Die zufällig so gefallen sind. Ja. Natürlich. Hier komm ich nicht... Nee, hier komm ich nicht hoch. Egal. Aber hier komm ich hoch. So. Die sind zufällig so gefallen, die Bäume, dass man da einfach raufspringen kann. Hopps. 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 Natürlich. Alles ganz zufällig. Naja. So, Aussichtspunkt. Hey. Oh, wow. Ein Haus mit, äh, Kristallen und, äh, was auch immer drauf. Oh. 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 Ich bin irgendwie gerade müde. Entschuldigung. Das liegt aber nicht am Spiel. Das liegt einfach nur daran, dass ich wahrscheinlich wieder zu wenig geschlafen habe. So. 70% haben wir schon in diesem Gebiet hier. Und 3 von 6 Aussichtspunkten. Na, immerhin. So, und jetzt werden wir mal... Mathe. Äh, läuft einfach gegen Baum. Natürlich. Natürlich. Warte mal. Ich helfe denen jetzt einfach mal hier. Das ist ja nur einer. Ach, das sind seine ganzen... Was? Sind das alles seine... seine... Helferleinchen? Oder was? What the fuck? Welche Klasse muss man denn sein, um so viele Begleiter zu haben? Das sind ja 5 oder so. Oder? Warte mal. 1. Ich kann die gar nicht so schnell zählen. Die bewegen sich immer. Ich glaube, es sind 5. Ja, 5. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ansonsten wäre das natürlich peinlich. Ach, egal. So. Veteranen so ein 20... What the fuck? Alter, wie es hier aussieht, ey. Voll mit schwarzer Magie. Irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Na? Oh. Wo kommst du denn her? Hä? Was ist das denn? Jetzt ist er weg. Hm. Ganz komisch. Na egal. So. Ein Sturm. Stirb. Du Vieh. Du Wolf. Du wirst die Großmutter nicht fressen. Äh. Oder so. Ja, so groß war ja gar nicht, dass er eine ganze Großmutter verspeisen konnte. Nee, war das überhaupt so? Doch, die Großmutter wurde, glaube ich, gefressen vom großen bösen Wolf, ne? In Rotkäppchen. War doch so. Oder irre ich mich jetzt? Das ist auch schon ewig her, dass mir mal jemand dieses Märchen vorgelesen hat. Ich weiß, die kommen zu Weihnachten über den Fernsehen, aber wer guckt sich das denn an, bitte? Ernsthaft. Gut, meine Eltern gucken sich die Märchen im Fernsehen an, aber wer... Wer... Welcher normale Mensch guckt sich die an? Nee, also so... Meine Eltern sind halt schon ein bisschen älter. Aber welcher junge Mensch guckt sich das denn an, die Märchen? Das sowieso zu Weihnachten immer Märchen und... Gut, auch andere gute Filme. Und zu Silvester natürlich immer Dinner vorwanden. Das ist nach dem hundertsten Mal natürlich... Hundertsten Mal vor allem. Naja, auf jeden Fall nach dem zwanzigsten Mal oder nach dem fünften Mal schon nicht mehr lustig. Irgendwie. Ich gucke schon gar nicht mehr. Habe ich das überhaupt schon mal geguckt? Doch, ein bisschen habe ich schon mal gesehen, aber komplett habe ich es, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Mich interessiert das auch gar nicht. So. So, jetzt muss doch bald mal hier fertig sein, Mann. Da ist noch ein Banner, das... Da vorne, das mache ich gleich auch nochmal kaputt. So. Wie die Zeit vergeht, ist es schon wieder April? Das gibt es gar nicht, oder? Vor allem das Wetter ist immer noch verschneit. Also so wie hier, so sieht es draußen bei uns auch aus. Nein, nicht ganz so schlimm, aber... Immer noch Schnee ein bisschen. Alter, wie langsam der läuft. Was ist das denn jetzt? So, na toll. Jetzt kann er mal schnell laufen. Jetzt, wo er stehen bleiben soll, kann er schnell laufen. Ach, Mann. So. Ja, jetzt. Komm schon. Tot. Tot den Söhnen Svanirs. Sterb dir, Elenden Unholde. Hey. Oh, level up. Level up. Hey. Okay, weiter geht's in diesem... Dings... Ach, da unten nur noch, ne? Und dann fehlt mir noch das beim... Beim... Hof... Hofgas Pass oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm... Da fehlt mir noch ne Wegmarke und ich hab keine Ahnung, wie ich... Äh, Wegmarke. Ne Sehenswürdigkeit, keine Ahnung, wie ich die erreichen kann. Da müsste ich mal nachgucken. Oder mal nachfragen. Ähm... Ähm... Warte mal. Zwischen... Was ist das? Zwischen Schneeweh, Freistadt und Hofgas Pass. So, hab ich mal getippt. Musste ich kurz vom Mikrofon weggehen. So, mal sehen, äh... Schneeweh, Freistadt. Ja, ist richtig. Okay. So. Okay. Ähm... Wo muss ich denn da unten hin? Da unten muss ich hin. Okay. Kann ich mir eigentlich auch Porten kommen? So. So.